Hi und herzlich willkommen zur Auflösung vom Rätsel Nummer 20, Highspeed im Weihnachtshof. Tatsächlich ist es nicht ganz so leicht, weil wahrscheinlich alles, was ihr so ausprobiert habt, dürfte auf fünf Linien geführt haben. Aber wenn man es ganz, ganz clever anstellt, dann geht es tatsächlich mit nur vier Linien. Dafür muss man nämlich weiterziehen, als man eigentlich denkt. Ich fange mal hier an. Gehe hier so runter, dann da runter, weiter als ich dachte, rüber und schwupps. Und ihr seht tatsächlich, das sind jetzt ernsthaft nur vier Linien. Ihr seht also, kein Fake. Ich habe nichts irgendwie dran gedreht. Das war keine Fangfrage, sondern man musste einfach auf die smarte Idee kommen, weiter nach unten und weiter nach rechts zu fahren, als man denkt. Wenn ihr das Rätsel jemandem stellen wollt, dann könnt ihr am besten einfach neun Punkte so aufmalen und dann der Person eben sagen, sie sollen mit nur vier geraden Linien, ohne den Stift hochzuheben, da alle Punkte verbinden. Und dann werdet ihr mal sehen, da kommen wirklich die allerwenigsten nur drauf. Also, falls ihr es geschafft habt, Hut ab und wenn nicht, Kopf hoch, es kommen auch wieder einfachere Rätsel. Ciao, schöne Adventszeit und wenn ihr Lust habt, dann bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.